Guten Tag und herzlich Willkommen in meiner privaten Praxis für Coaching und Psychotherapie in Heidelberg. Ich bin psychologische Psychotherapeutin und habe jeweils ein Studium in Philosophie und Psychologie absolviert. Zu mir kommen Menschen, die sich auf unterschiedliche Art und Weise persönlich weiterentwickeln möchten. Manche suchen Erleichterung für Symptome, andere wollen einfach eine höhere Lebensqualität oder Leistungsfähigkeit erreichen. Manche möchten bessere Partner oder bessere Eltern werden. Besonders häufig arbeite ich mit systemischer Therapie, Resource Therapie und Pessotherapie. Das ist eine Form der körperorientierten Psychotherapie. In diesen drei Verfahren leite ich auch Ausbildungen. Ich bin von der Psychotherapeutenkammer akkreditiert als Leiterin von Selbsterfahrung, Supervision und Fortbildung. Das bedeutet, dass Ärzte und Psychotherapeuten auch Fortbildungspunkte erhalten können, wenn sie an Einzelterminen oder Gruppen bei mir teilnehmen. Bitte informieren Sie sich genauer auf meiner Website.